ja hallo liebe leute eventuell wenn ihr hier diesen fortschritt des proberaums mitverfolgt habt dann habt ihr eventuell schon gesehen dass am ende also beim letzten video das ganze schon verkleidet war und dann habe ich mich mit einem guten freund ausgetauscht bzw der hat mir angeschrieben aaron hat das video gesehen hat gesagt pass auf das ist schon ganz cool aber ich glaube du müsstest eventuell noch ein bisschen mehr masse reinbringen mehr gewicht in das fenster es geht darum wir bauen hier den proberaum und schwachpunkt mich jetzt ist dieses fenster weil es lautstärke nach draußen transportiert generell ist es jetzt hier nicht so laut und auch dass die straße da sind keine umliegenden häuser aber trotzdem möchte ich ganz gerne rücksicht auf meinen nachbarn nehmen und dass so wenig wie möglich natürlich nach draußen tritt so immer sogar da hinten gitarrenlehrer auch erkenne ich jetzt nicht glaube ich schon ein bisschen älter und so und ich glaube die leute sind hier ein bisschen musizieren gewohnt aber hier sind kinder auf der straße die schreien und brüllen rum ist eine spielstraße und von daher ist nicht ganz so schlimm aber trotzdem möchte ich das minimieren dass wir nach draußen hin schall und lautstärke wirken so dann hatte ich das hier mit matratzenschaum ausgestopft sage ich mal schön zurecht geschnitten und da rein ist auch alles gut ich habe mich noch mit einem anderen bekannten unterhalten der tontechniker ist und er sagte ja ist ganz cool aber halt die tiefen töne wenn du die möglichkeit hast und jetzt das ganze baust dann macht noch ein bisschen masse rein da habe ich mir noch ein bisschen eingelesen und so weiter und ja genau masse ist halt immer das problem ich habe ja in einem video gesagt ich möchte das ganze ding jetzt nicht zu mauern so wir hatten halt hier im haus auch relativ viel zu tun ich wollte das ganze ding schnell fertig haben und sagen okay komm hast jetzt fertig aber dann habe ich mich hingesetzt habe gesagt was auch es ist manchmal besser wenn man das ganze vernünftig macht langsam der raum ist jetzt hier hat keine priorität und dass wir naja das ganze wirklich vernünftig machen und so ihr kennt jetzt hier vielleicht aus den anderen videos da sind die schaumstoffmatten und so weiter und ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz erklären was ich hier vor habe noch mit dem fenster das fenster habe ich jetzt hier das ist halt so ein typisches ruhrgebiets kellerfenster ja und das habe ich jetzt komplett alle stellen habe ich jetzt mit silikon versiegelt zweimal weil man muss bei solchen sachen bei solchen kellerfenstern oder generell bei schwachstellen in absolut ab zu ab zu isolierenden räumen muss man darauf achten dass es halt luft dicht ist luft dicht oder luftdichte ist ein ganz wichtiges thema weil schall wird halt über luft übertragen und das ganze habe ich dann halt hier mit silikon abgeklebt bzw versiegelt dann habe ich jetzt hier noch so das hätte jetzt hier also tüten reingemacht in diese hohlräume rein die sollen das ganze dann noch mal ein bisschen abdichten ist einfach nur dazu da das ganze hier noch mal ein raum dazwischen ist dann kommt jetzt hier gleich auch noch mal einmal eine folie dann komplett drüber und dann kommt hier der dieses schaumstoff von der matratze kommt so dazwischen dann habt ihr eventuell jetzt schon gesehen ich habe halt hier bretter zugeschnitten mit meiner stichsäge diese bretter das sind jetzt alte laminat bretter ja das ist halt verdichtetes holz die kommen jetzt dann nach dem schaumstoff da drauf das ist der plan schaumstoff dann die bretter wird auch alles oben und unten wird das versiegelt und dann holen wir eins ihr seht hier den keller das sieht halt alles noch einer baustelle aus ne und zwar sand wir packen sandsäcke da rein das werdet ihr dann noch mal sehen und zwar das habe ich nämlich in einem forum in einem forum gelesen dass einer sagt okay ja ihr könnt da irgendwas rein machen oder so wenn ihr sandsäcke habt nehmt sandsäcke ja habe ich gesagt ja ja klar ne sand ist halt wirklich ist masse und ist sehr dicht dann werden wir nicht nur sand reinpacken sondern auch diese steine ich habe ja gesagt ich möchte es nicht zu mauern oder zu betonieren wird aber in dieser art und weise schon etwas passieren es wird so sein dass ich sandsäcke hier mache dann kommt hier noch mal eine trennwand rein und dann werden hier die steine einfach da hingepackt es wird jetzt kein high also kein hohes mauerwerk projekt sondern die steine werden hier hingepackt dann das ganze halt mit bauschaum ausgefüllt und dann kommt hier noch mal dann einfach die schalldämmmatte und dann müsste das ganze sehr dicht sein wenn das wenn da jetzt noch was raus dringt dann ist es halt so deswegen bleibt da gespannt das projekt wird noch mal ein bisschen aufgerollt neu aufgerollt aber dann glaube ich richtig gut so später ciao so hier ist das fenster dahinter ist jetzt das silikon was abgedichtet war dann die folien und jetzt hier drauf ist schaumstoff der da so zurecht geschnitten ist der hat jetzt hier noch ein bisschen luft und müssen platz oben und unten habe ich das mit isolierband festgemacht und dann geht es jetzt hier mit den brettern weiter so ich habe die bretter jetzt hier rein gemacht da seht ihr der schaumstoff und so es wird ja alles halt mit der stichtige zugesägt jetzt kommt hier auch noch mal klebeband drauf und dann kommen hier die sandsäcke so das sieht jetzt ein bisschen wild aus aber das sind die sandsäcke insgesamt 6 25 kilo dann war hier oben noch ein bisschen was frei stopfe jetzt einfach noch steine rein habe hier backsteine hier kommt in die lücken kommt bauschaum rein und hier vorne packe ich einfach steine davor bauschaum fertig aus und dann wird das hier plan ihr seht hier wird das halt hier plan gemacht und ja und dann kommt dann hier die dingsums drüber und dann ist das müsste das fertig sein ja und so sieht das ergebnis jetzt aus dahinter sind die die sandsäcke und davor sind jetzt die steine guckt mal an wie ich das gemacht habe ja also maurer darf jetzt nicht drüber gucken aber finde ich schon mal nicht schlecht oder dann jetzt hinten so die lücken und so alle mit bauschaum ausgefüllt ich bin jetzt immer überlegen ob ich nämlich noch mal bauschaum noch mal kaufe um wirklich da die lücken aber wir haben eigentlich es ist eigentlich genug jetzt mal mal butter beide fische da ist schon da sind sand säcke dahinter und jetzt hier die steine und dann kommt hier unten habe ich noch so eine dicke kunststoff folie die möchte ich noch da drüber machen als einfach nur einen kleinen schutz einfach über die würde jetzt weggeschmissen werden ich finde die eigentlich ziemlich gut die ist ziemlich massiv dann kommt die noch da drauf und dann ist das fertig endlich dann gucke ich mal wie dann wenn alles davor ist wie dann hier die dezibel beschallung nach draußen ist wie ihr seht habe ich mich dagegen entschieden gegen das acryl hier wenn es acryl ist könnte mir mal helfen vielleicht in die kommentare schreiben ich habe noch von unseren vorbesitzern habe ich noch laminat gefunden ich habe zwar noch eigenes laminat da unten und da war aber zu klein das hätte man jetzt zusammen schuster müssen und das waren jetzt überschnitte jetzt muss er halt zwar über da ist sogar kort noch hinter und das habe ich dann davor gemacht das habe ich hier reingehämmert und dann hier mit gaffer tape das ganze abgeklebt damit das halt dicht ist und jetzt haben wir ich sage jetzt mal hier laminat davor also verdichtetes holz dann dahinter sind die steine mit bauschaum dahinter ist sind die sandsäcke hinter den sandsäcken ist auch eine holzwand auch laminat zugeschnitten dahinter ist der matratzen schaum und dann da kommt das fenster was mit einer folie und mit nach silikon verdichtet wurde beziehungsweise abgedichtet nicht verdichtet abgedichtet und dann müsste das rein von der masse her passen und jetzt kommen hier die der noppenschaum und weiteres dann später